Hallo und herzlich willkommen meine Ladies und Gentle Nerds. Heute soll es mal um die Yeelight gehen. Ich habe die ja bei mir schon länger in Verwendung und das ist quasi eine Glühbirne, eine smarte Glühbirne, die von Xiaomi produziert wird. Ich bin ja sowieso der riesen Xiaomi Fan schlechthin. Und ich habe die Yeelight schon länger bei mir im Einsatz im Badezimmer und im Billardzimmer hatte ich sie im Einsatz. Im Billardzimmer habe ich sie mittlerweile wieder durch eine normale Glühbirne ersetzt, weil das da einfach für mich nicht von Nutzen war. Weil ich einfach immer nur, ich habe das Dimmen dort einfach nie benutzt. Deswegen war das für mich Quatsch dort so eine. Da habe ich dann quasi wieder einfach so eine ganz normale Ikea Glühbirne reingemacht. Aber im Badezimmer, da ist es durchaus sehr 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 sinnvoll für mich, zumal es einen neuen IO Broker Adapter gibt. Und deswegen gibt es auch jetzt erst das Video von mir, weil der IO Broker Adapter mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo ich persönlich sagen kann, absolut geil. Also liebe Grüße auch an den Entwickler von dem IO Broker Adapter. Das war hier dieser Mr. Irgendwas. Der hat auch schon andere Adapter gemacht. Den werden wir auch noch vorstellen. Props gehen auf jeden Fall gleich nochmal raus an dich, wenn wir auf deiner GitHub Page sind. Richtig cool gemacht dieser Adapter. Auch wirklich richtig einfach. Das kriegt jeder von euch zu Hause hin, verspreche ich euch. Genau, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Yeelight Glühbirnen, die uns von Gearbest übrigens zur Verfügung gestellt wurden. Also danke an der Stelle auch nochmal an Gearbest. Ich packe euch die Links zu diesen beiden Glühbirnen auf jeden Fall zu Gearbest in die Videobeschreibung. Das sind natürlich Affiliate Links. Das bedeutet, wenn ihr das über meine Links in der Videobeschreibung kauft, dann verdiene ich dabei ein bisschen was. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr diesen Kanal auf diese Art und Weise unterstützen würdet. Ihr müsst dafür keinen Cent mehr zahlen, lediglich Gearbest gibt mir ein bisschen Provision dafür und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, wir haben zwei verschiedene Yeelight Glühbirnen. Wir haben hier quasi einmal die ganz normale weiße Glühbirne. Also die könnt ihr auch zwischen warmweiß und normalem weiß umschalten. Für ein warmweiß wäre jetzt zum Beispiel sowas hier als Beispiel. Und ja, dann haben wir hier natürlich noch die ganz normale Color Bulb. Und die ist bei mir im Badezimmer, wie gesagt, im Einsatz. Und das scheint aber eine abgegradete Version zu sein, weil normalerweise ist diese Color Bulb so silber. Also die hier ist normal ganz weiß und so, aber die hier hat unten normalerweise so ein silbernes Bild. Das ist jetzt hier auf den Bildern ein bisschen anders. Vielleicht, weil das irgendwie eine neuere Version ist. Mal gucken, wie das jetzt hier überhaupt sich verhält. Ob wir das genauso handhaben können, wie die ganzen Yeelight Glühbirnen, die wir bisher hatten. Ich mache die hier erstmal beide oben einfach kurz auf. Also hier ist ja so ein kleiner Penöbel einfach nur dran. So, das da wieder da rein. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mit der farbigen an, weil das einfach, ja, mit der bin ich ein bisschen mehr konform. Mit der habe ich auch schon ein bisschen mehr gemacht. Und mit der kann ich euch auch ein bisschen mehr zeigen, was wir halt eben im IO Broker damit alles machen können. Also erstmal die Verpackung. Kommen wir zu der Glühbirne, kommen wir ein bisschen später. Ich will erstmal gucken, was hier sonst noch so drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Schubding noch drin. Und unten drunter ist so ein Papierröhrchen, was quasi die Glühbirne an der Fassung in Place hält, wollte ich jetzt mal anders sagen, am Platz hält. Damit ihr halt nicht so hin und her wobbelt. Verpackung ist eigentlich so ganz schön. Es steht hier auch außen drauf, dass das hier mit Google Play Store und auch mit dem Apple Store funktioniert. Dass es hier quasi eine sogenannte Yeelight App für gibt. Also ihr müsst es nicht über die Xiaomi App einbinden, wie das mit manchen anderen Tutorials gezeigt wird. Ihr könnt ganz normal eure Yeelight App verwenden. Und der IO Broker findet das dann auf jeden Fall. Hier steht noch ein bisschen was an Informationen drauf, dass wir hier quasi Estimate Yearly Energy Cost. Also hier steht quasi die verbrauchte jährliche, ja der jährliche Verbrauch liegt hier bei 1,2 Dollar, wenn ich das richtig verstehe, Estimate Yearly Energy Cost 1,2 Dollar. Ob wir da dem Ganzen wirklich Glauben schenken können, weiß ich nicht. Da müssten vielleicht andere Smart Home YouTuber oder andere Technik YouTuber mal hergehen, die einfach das Ganze mit eventuellen Messgeräten nachmessen, nachrechnen können. Ich denke mal, das hängt auch davon ab, wie lange hat man das Ding pro Tag an, wie oft dimmt man das Ganze. Achso hier, Based on 3. Ah, okay, okay. Also wenn ihr, ah, okay, okay, das steht sogar hier direkt darunter. Also wenn ihr diese Glühbirne 3 Stunden am Tag nutzt, dann werden hier 11, so ein C mit so einem Schrägstrich durch, Kilowattstunden verbraucht. Und also quasi bei 3 Stunden pro Tag, dann hat man einen jährlichen Energieverbrauch von 1,20 Dollar. Das ist unter 1 Euro auf jeden Fall. Live, also die Lebensdauer von so einer Glühbirne, wenn die quasi 3 Stunden pro Tag läuft, sind 22,8 Jahre. Das ist auf jeden Fall laut Herstellerangaben schon mal was richtig Cooles. Diese Herstellerangaben, den müssen wir jetzt hier einfach auf diesem Kanal ein bisschen vertrauen, weil, also wie gesagt, die läuft auch bei mir schon eine ganze Weile, ist auch schon eine ganze Weile im Einsatz. Aber ja, das muss halt jemand nachprüfen, in der ein bisschen mehr Messwerkzeuge diesbezüglich hatten, sich da ein bisschen mehr auskennt als ich. Ich kann aber hier den Smart Home Bereich auf jeden Fall ganz gut abdecken, denke ich mal. Und ja, das ist hier erst die Glühbirne. Hier haben wir noch so eine kleine Anleitung. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Und wie ich es mir auch schon gedacht habe, die ist farblich ein bisschen anders, weil die andere ist halt hier das Weiße, ist dann ja so Silber gewesen. Jetzt ist es hier auch weiß und hier unten haben wir so einen leichten lilanen, ja, ich bin ein bisschen farbenblind, aber für mich sieht das lila aus, dieser Ring. Und was einem gleich auffällt, die wiegt einiges. Ich habe jetzt hier leider keine Waage da. Das ist das vielleicht, was ich auch nochmal brauchen würde, so eine kleine Mini-Waage. Das wäre vielleicht mal ganz cool. Genau, das hier ist so eine normale Ikea-Glühbirne, die wiegt vielleicht, also ich würde jetzt mal schätzen, so von dem, was ich in der Hand, ich glaube, die wiegt fünfmal so viel wie diese normale Glühbirne, wenn nicht sogar sechsmal so viel. Kommt ungefähr hin. Das ist auch schon so eine LED-Glühbirne. Die ist aber auch made in China, von daher braucht man keine Angst haben vor China-Produkten. Vor allem, wenn man jetzt mal hier genau hinguckt, diese Ikea-Glühbirne, Plastik letzten Endes ist das hier oben, was auch besser ist als Glas meiner Meinung nach, denn Glas zerbricht. Plastik eher weniger. Und das hier, also auch genauso Plastik wie eben bei der normalen Ikea-Glühbirne. Das hier unten, das ist irgendein festeres Material. Also das hier unten bei der Ikea-Glühbirne ist auch Plastik, würde ich sagen. Während das hier, wie so ein Blumenkübel fühlt sich das fast an. Ich weiß nicht, ob das Thron ist oder wie heißt denn dieser andere Stoff, der bei Elektrosachen ganz oft verwendet wird. Was auch bei so Umschaltwerken und so diese schwarzen Spulen da. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das Material heißt, aber schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und hier unten haben wir eine ganz normale E27-Glühbirne-Fassung. Also das heißt, die passt hier ganz einfach rein. Habe ich hier meine schöne Ikea-Lampe. Übrigens die Kugel davon steht noch hier hinten. Die wollte ich jetzt nicht drauf tun, weil da wird das irgendwie verfälscht. So, jetzt haben wir die Glühbirne auf jeden Fall mal hier drin. Und jetzt probieren wir sie einfach mal ganz normal anzuschalten. Ich habe hier, ich mache das hier erstmal so ein bisschen beiseite, weil das ist, da geht es später drum. Jetzt geht es ja hier erstmal um diese. Machen wir sie einfach mal an. Boah, ist das hell. Boah, ich habe voll reingeguckt. Vielleicht sollte ich mir hier irgendwas, na gut, so seht ihr mich ja kaum noch. Ha, Gesicht weg, Gesicht da. Nein, auf jeden Fall, boah, da muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie ich das ein bisschen dunkler hier hinbekomme. Boah, das ist ja mega krass. Egal, ich halte das Handy so davor. Genau, verbinden wir es jetzt einfach erstmal mit der App. Dafür starte ich jetzt erstmal die Aufnahme hier von dem Handy. Genau, so Aufnahme läuft. Und genau, jetzt wollen wir doch mal hier gucken, dass wir das hier anständig hinbekommen. Wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Also hier haben wir einmal die Yeelight App. Die müsst ihr euch einmal runterladen. Ihr seht, eine Yeelight habe ich jetzt hier auch schon drin, die Yeelight Color Bulb. Und da geht ihr jetzt quasi einfach hier oben rechts auf das Plus. Und hier seht ihr auch schon, dass wir verschiedene Yeelights jetzt mittlerweile angezeigt bekommen. Und zwar, ah, und hier sehen wir auch, dass wir an diesen, ich habe ja eben gesagt, dass da wie so ein lilaner Dings drumherum ist. Und daran erkennen wir, glaube ich, die unterschiedlichen Dinger. Genau, weil hier sehen wir hier diese LED-Lampe Farbe 2. Das scheint hier eben die, ja, mit diesem lilanen Ring unten zu sein. Hier gibt es noch ein paar andere Modelle. Ich denke mal, da werden wir auch noch ein paar andere Yeelights auf jeden Fall von testen. Vor allem hier dieses Candela, das würde ich gerne mal testen. Das sieht ziemlich interessant aus. Und den Lichtstreifen, den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zukommen lassen. Genau, aber jetzt hier erstmal LED-Lampe 2. Drücken wir doch mal da drauf. Und genau, installieren Sie Ihr Gerät. Erstens, das Gerät ist ordnungsgemäß mit Strom versorgt. N2, warum auch immer. Wenn es sich nicht um die Erstinstallation handelt, setzen Sie das Gerät bitte zurück. Ja, es ist aber die Erstinstallation, also alles okay. Klicken wir auf Weiter. Jetzt müssen wir hier das WLAN-Netzwerk auswählen, mit welchen wir diese Glühbirne verbinden wollen. Ja, ich würde sagen, nehme ich einfach hier mal mein Studio-WLAN. Das macht ja am meisten Sinn. Dafür haben wir es ja da. Das ist quasi Schimmer Media HD-Studio. Dann gebe ich hier das Passwort ein. Das geht euch jetzt natürlich nichts an. So, nachdem wir das Passwort eingegeben haben, können wir hier einfach, bitte wählen Sie Ihr Netzwerk und so weiter und so fort. Dann kriegen wir einfach auf Weiter. Und jetzt steht hier Link zu Ihrem Gerät. Wählen Sie den Wi-Fi-Name aus der Yee-Link. Okay, Wi-Fi einrichten. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier aus der App rausgehen in die Einstellungen und dann sollten wir hier unter WLAN einen Yee-Light. Ja, hier sehen wir Yee-Light Color 2 Mi App 6 irgendwas. Klicken wir da einfach mal drauf. Und jetzt verbindet sich unser Smartphone eben mit dieser Glühbirne. Jetzt sind wir damit verbunden. Jetzt gehen wir hier einfach wieder in die App zurück. Und jetzt ist er hier auch schon dabei, so einen Prozentbalken uns anzuzeigen. Halten Sie Ihren Router, Telefon. Ja gut, das ist ja alles relativ in der Nähe. Router steht da, Lampe steht direkt hier, Telefon ist hier. Ja, also das ist jetzt alles relativ nah beieinander. Ne? 50 Prozent. Das geht auch relativ fix. 75 Prozent. Bam. So, jetzt werden wir hier auf das Nächste. Und jetzt haben wir hier noch eine weitere Yee-Light hier hinzubekommen. Und wollen wir schon mal probieren, ob das mit dem An und Aus schon funktioniert. Ich tippe mal drauf. Aha, okay. Jetzt ist sie aus. Und jetzt ist sie an. Also ich muss ein bisschen warten. Ich drücke mal drauf. Jetzt ist sie auf jeden Fall aus. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Und dann geht sie an. Das ist so ein Fade. Also das geht nicht direkt bumm an, bumm aus, sondern langsam an, langsam aus. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Klicken wir hier einfach mal so direkt drauf. Jetzt können wir hier das Ganze auch ein bisschen dimmen. Ich würde mal sagen, mach mal so 8 Prozent. Geht noch weniger als 8 Prozent, 5 Prozent. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. So können wir die Lampe auf jeden Fall anlassen. Und ich kann in die Kamera gucken, ohne dass ich blind werde. Wenn wir mal hier oben gucken. Ja, hier oben kann man das jetzt auch ganz gut und schön sehen. Genau. Und jetzt können wir hier verschiedene Modi noch auswählen. Wir können jetzt hier zum Beispiel ein Sunset zum Beispiel auswählen. Dann seht ihr, jetzt kriegen wir hier so ein leichtes, schönes, ja, orange mäßig. Und das wird jetzt auch mit der Zeit sich dann, denke ich mal, immer weiter verdunkeln. Weil, ne, Sonnenuntergang. Dann haben wir hier natürlich ein Sunrise. Ist genau das Gegenteil. Da fangen wir hier mit so einem schönen, orange-rötlichen Ton an. Und der wird jetzt wahrscheinlich immer heller werden. Und, ähm, ja, immer mehr ins Gelbliche. Vielleicht dann irgendwann sogar ins Weiß wechseln. Dann haben wir natürlich noch den Night Mode. Das sollte jetzt dann auch so ein leichtes, ja, so ein leichtes Gelb haben wir jetzt hier. Äh, gelb-orange mäßig. Dann haben wir hier natürlich Date Night. Ähm, was auch so ein rötlicher Ton, orange-rotlicher Ton ist. Dann, wenn wir hier auf Home gehen, gucken wir mal da. Boah, das ist, das ist sehr hell. Das ist sehr hell, finde ich. Flackert das? Ne. Romance. Was haben wir bei Romance? Romance ist so ein lila. Eigentlich auch schon ziemlich interessant. Ähm, Movie. Müsste wahrscheinlich jetzt ein bläulicher Ton werden, schätze ich mal, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich verbinde mit Movie auch immer so einen bläulichen Ton. Also, ähm, das, da hat, äh, Schaumi auf jeden Fall sich ordentlich was gedacht. Birthday Party ist wahrscheinlich jetzt bunt. Orange fängt das Ganze an. Ich frage mich, ob hier die Farbe sich dann auch so ein bisschen ändert. Jetzt haben wir hier noch Flash Notify. Ah, hier, Candle Flicker. Das fand ich eigentlich ziemlich immer, äh, ziemlich cool. Das habe ich im Badezimmer auch, äh, das ein oder andere Mal an. Ähm, das ist quasi, ja, wie so ein, wie so ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber eigentlich sollte das so ein bisschen flackern. Ja, das wird so ein bisschen heller, dann wird es wieder ein bisschen dunkler. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera jetzt genauso wahrnimmt wie ich. Dann haben wir hier noch so ein Reading. Ähm, boah, das ist wieder hell. Das ist wieder sehr hell. Flash Notify. Okay, Flash Notify ist jetzt quasi dann einfach so ein, das macht er auch nur ganz kurz. Okay, gehen wir nochmal drauf. Okay, eigentlich, also ja, es gibt hier verschiedene Sachen, was man damit machen kann. Farbe natürlich, äh, hier einfach irgendwo, boah, Kabel, das machen wir wieder ein bisschen weniger von der Intensität. Fünf ist hier absolut ausreichend, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir hier so ein leichtes Blau. Können wir hier natürlich noch so ein bisschen ins, äh, ja, Cyan reingehen. Hier oben haben wir rötlich-pink-Töne. Dann haben wir hier so ein Gelb mäßig. Ähm, oder ein bisschen fast ins Grün, die schon eher, wenn wir jetzt hier richtig ins Grüne reingehen, sehen wir, haben wir ein richtig, das ist eins meiner Lieblingsgrün-Farben übrigens. Ich, 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 ich hoffe, dass man das in der Kamera richtig gut sehen kann von der Farbe, aber, ähm, sieht auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir hier oben so ein sattes Rot, ähm, dann haben wir hier natürlich so ein richtig krasses Blau. Ne, hier oben eher, müsste ich dann eher hingehen. Genau, das ist so ein richtig cooles Blau. Äh, hier oben haben wir dann so ein, das ist so ein richtiges Pink. Ähm, ja, mal gucken, ob ich hier genau das richtige Gelb treffe. Ja, es ist jetzt leicht ins Grün, ich, also es ist, äh, aber später steuern wir das ja sowieso nicht mehr mit der App. Und die Farben kann man hier auch natürlich ein bisschen blasser wählen, äh, das wäre jetzt hier quasi so ein grünliches, mal so ein blasses Blau. Ja, also das funktioniert hier auf jeden Fall ganz gut. Und, äh, was haben wir hier? Lichtfluss, okay. Lichtflussgeschwindigkeit. Also jetzt sehen wir hier, wenn wir auf Lichtfluss gehen, dass der jetzt hier auf jeden Fall von den Farben her wechselt. Und jetzt können wir hier die Lichtflussgeschwindigkeit auf jeden Fall verlangsamen. Und dann sehen wir, ähm, dass er jetzt quasi zwischen den Farben langsam hin und her fadet. Immer noch bei 5% gedimmten Licht, was ich sehr angenehm finde. Gerade jetzt hier auch für die Aufnahme. Ich mach das mal ein bisschen mehr. 18%. Okay, jetzt, jetzt fadet er langsam hoch. 18%, nochmal lieber 15%. Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Und, ähm, ziemlich angenehm finde ich auch dieses, äh, Faden. Machen wir ruhig ein bisschen schneller. Äh, jetzt haben wir so ein leichtes Grün. Also der geht hier wirklich durch die gesamten Farben durch. Und, ähm, ja. Das auf jeden Fall so viel schon mal hier zu der App. Wenn wir das Ganze jetzt eben mit dem IO-Broker verbinden wollen, dann müssen wir einfach hier unten rechts auf diesen Pfeil nach oben gehen. Ja. Und dann sehen wir hier verschiedene, ähm, Angaben. Ganz, äh, interessant für uns ist lediglich hier diese LAN-Steuerung ganz unten. Da, wo dieser Blitz ist. Gehen wir da mal drauf. Und dann müssen wir einfach hier das Häkchen anmachen. Mehr müssen wir im Grunde genommen gar nicht tun. Und, ähm, jetzt können wir eigentlich schon rüber an den Computer gehen. Ähm, ich zeige euch da gleich noch mal kurz was. Und, ähm, das sollte jetzt auf jeden Fall schon mal funktionieren. Ich lasse jetzt hier die Lampe mal Lampe sein und gehe jetzt mal rüber, ähm, an den Computer. Ja. Die Aufnahme können wir hier eigentlich, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so. Ähm, ich lege das hier direkt mal so dahinter. Und schnappe mir das Mikrofon und gehe weiter nach hier. Genau, äh, hier am Computer angekommen. Seht ihr jetzt auch schon, hier haben wir nochmal die Yeelight. Das ist quasi einmal die, ähm, Yeelight White. Äh, derzeit hier für 21,33 Euro. Die werden aber, äh, das ein oder andere mal garantiert im Angebot sein. Das ist jetzt hier die neuere Version. Ähm, da gibt es aber auch noch eine ältere Version. Ich versuche euch einfach mal die verschiedenen Versionen unten in der Videobeschreibung zu verlinken, dass ihr nicht nur die hier habt, äh, weil, wie gesagt, es gibt hier auch eine andere noch. Äh, das ist auf jeden Fall die alte Color Bulb. Also die, ähm, nicht die jetzt, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe. Das ist die, die aktuell bei mir im Badezimmer verbaut ist. Aktuell im Flash ist der für 15,59 Euro. Sind noch 638 Pieces da jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist auf jeden Fall cool. Ich werde euch allerdings auch noch die aktuell im Video vorgestellte, ähm, Yeelight, ähm, Glühbirne verlinken. Ähm, allerdings, ich denke mal, die sollten beide ganz gut funktionieren. Genau. Ähm, ja. Dann haben wir hier natürlich im Forum, ähm, das war hier dieser, dieser Yeelight, ähm, Beitrag, worüber ich, worüber ich auf diesen neuen Adapter aufmerksam gemacht wurde. Und zwar hier vom lieben Reini. Vorher hatte schon mal jemand den Adapter gepostet. Ähm, danke auch nochmal an dich. Aber hier, Reini hat auf jeden Fall, äh, hier auf jeden Fall am 4. April die Info gegeben, der Adapter soll nun, ähm, laut IO-Broker-Forum stark verbessert worden sein und liegt nun in der Version 0.1.0 vor. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und da, hier haben wir nämlich den Meister.tr, äh, da habe ich ja auch gesagt, äh, da muss auf jeden Fall ziemlich zeitnah ein Video folgen. Vor 13 Stunden habe ich das gepostet und jetzt bin ich am Aufnehmen. Und, äh, hier haben wir den lieben Meister.tr, seine GitHub-Page. Und der hat auch, äh, ein paar andere coole Adapter auf jeden Fall, ähm, äh, schon gemacht. Ähm, lasst ihm auf jeden Fall mal ein paar Props auf seiner GitHub-Page da. Richtig cooler Typ auf jeden Fall. Ich werde auch demnächst noch einen weiteren Adapter von ihm vorstellen. Seid da auf jeden Fall mal gespannt. Äh, ich denke, das wird euch mega auf jeden Fall interessieren. Ähm, genau, das ist hier der Yeelight-Adapter, ähm, hier seht ihr schön Yeelight, IO-Broker für RGB-Vibes, äh, have enabled the LAN. Äh, das ist das, was wir eben gerade in der App gemacht haben. Und dann haben wir hier auf jeden Fall die verschiedenen, äh, ja, Change-Logs, die er hier gemacht hat. Das heißt, die letzte Änderung hat er am 7.3.2018 gemacht. Das ist jetzt die Version 0.1.1. Die habe ich jetzt auch, glaube ich, sogar schon drauf. Ähm, zum Installationsvorgang einfach hier oben den Link kopieren. Dann geht ihr in den IO-Broker rein. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch schon die neue Version des IO-Brokers. Äh, die neue, die neue Admin-Oberfläche. Und dann geht ihr einfach hier auf Adapter, klickt hier oben, äh, auf diese Katze drauf. Gebt dann hier auf, geht auf Beliebig und gebt dann hier einfach den Link ein von der GitHub-Page vom, äh, lieben Meister.tr. Dann klicken wir hier mal auf Installieren. Dadurch kriegen wir hier den neuesten Yeelight-Adapter. Ähm, ja, wird jetzt ein bisschen dauern. So, äh, nachdem das jetzt, äh, fertig installiert wurde, seht ihr jetzt hier auch beim Yeelight-Adapter, dass wir jetzt hier die Version 0.1.1 haben. Dass wir hier auch wirklich die latest Version haben, also die 0.1.1, damit das bei euch auch wirklich alles genauso ist wie bei mir. Also einfach hier auf das, äh, links klicken, dann hier unten auf den Plus-Button einmal klicken und dann wird jetzt hier der neuesten Adapter auch einmal installiert. Und ihr seht, wenn ihr den installiert habt, dann seid ihr hier einfach direkt Yeelight. Äh, hier kommt nichts mehr. Hier braucht ihr auch nichts mehr erwarten. Ihr könnt einfach quasi nochmal hier auf Adapter oder sonst wo draufklicken. Und, ähm, dann, dann seid ihr quasi da wieder draußen. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach nachschauen, äh, ich gucke mal ganz kurz hier, Objekte. Äh, hier sehen wir jetzt dann auch den Yeelight-Adapter drin. Und wenn ich jetzt hier auf das Plus klicke, sehen wir, hier sind direkt beide, ähm, Yeelight-Glühbirnen mit aufgetaucht. Und das Schöne dabei ist halt einfach, dass, ähm, diese Glühbirnen komplett automatisch gefunden werden. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, die Glühbirnen müssen angeschaltet sein. Also das ist wirklich das Einzige, was ihr tun müsst. Ähm, dann könnt ihr das hier nochmal so ein bisschen auf, äh, machen. Die, na, warum wird das hier? Hier oben nicht. Warte mal, ich lade hier einmal neu. Ah, okay. Jetzt können wir, können wir hier beide, hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis der die, ähm, hier reinfinden konnte. Jetzt muss ich nur mal schauen. Genau, das hier können wir schon gerade sehen. Level vom Dimmer, das hier auf 5, das ist ja das, was wir eben im Video gemacht haben. Das bedeutet, das obere hier, das ist aktuell meine, ähm, Glühbirne im, also meine Yeelight im Badezimmer. Die kann ich jetzt hier dann schon mal einfach zumachen. Und hier unten haben wir halt eben die Glühbirne, die wir jetzt hier aktuell im Studio verbaut haben. Ich denke mal, ich werde die sogar, ja, weiterhin hier unten aktiv lassen, äh, weil das ist so als Hintergrundbeleuchtung ziemlich interessant, denke ich mal. Und, äh, genau, jetzt können wir hier verschiedene Einstellungen direkt vornehmen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel die, ähm, ja, Brightness ein bisschen höher machen. Jetzt haben wir hier aktuell 5, machen wir mal 50 und dann klicke ich hier einfach auf Enter und jetzt achtet mal auf die Glühbirne. So, jetzt wird die einfach nur ganz normal weiß geschalten, das heißt, die ist jetzt von ihrem Color Changing Mode, ist die jetzt, äh, rausgegangen und ist jetzt hier auf 50%. Jetzt machen wir mal 100. Achtung und Enter. Und jetzt haben wir hier 100%, ja. Gehen wir mal von den 100 wieder auf 5% zurück. 5% und Enter. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir auf 5%. Also jetzt, äh, ist die Glühbirne deutlich weiter runtergefahren von der Helligkeit und das können wir jetzt hier alles direkt über den I.O. Broker steuern, was ich ziemlich cool finde. Jetzt haben wir hier unten natürlich noch verschiedene Farbwerte, die wir einstellen können. Ähm, dafür, ja, hole ich mir jetzt mal so einen Hex-Editor, ähm, Hex, äh, Color Picker. Ja, suchen wir einfach mal hier so einen Hex-Color Picker. Ist jetzt hier direkt von Google einfach so ein Ding. Und jetzt könnten wir hier zum Beispiel einfach auf so ein leichtes Grün gehen. Das kopiere ich mir jetzt hier einfach mal. Gehe jetzt hier in den Admin-Adapter rein und, äh, setze das Ganze jetzt hier unten ein. Und dann, Achtung, Enter. Und jetzt haben wir so ein Grün. Ja, also ihr seht, das funktioniert wirklich einwandfrei. Jetzt gehen wir mal von dem Grün nochmal auf so ein schönes, äh, machen wir ein Rot oder machen wir? Ja, doch, Rot und Grün haben wir hier direkt die Komplementärfarbe. Nehmen wir hier dieses Rot einfach mal, gehen in den Admin-Adapter wieder rein. Und, ähm, ja, so gehen in den IO-Broker wieder rein und Enter. Ja, ihr seht, jetzt haben wir dann dieses, dieses Rot. Also ihr könnt hier alle möglichen Farben, äh, da nehmen, die ihr möchtet. Könnt quasi, ähm, die, ähm, ja, die Brightness könnt ihr steuern. Dann können wir hier natürlich, äh, True oder False, also Power, ne? Ich mache hier einfach mal den Haken raus. Und, äh, bestätige das hier hinten mit dem anderen Haken. Achtung, ach, wenn ich jetzt auf den anderen Haken draufklicke, sollte die Lampe ausgehen. Bumm, komplett aus. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf und mache den Haken hier vorne wieder rein. Dann ist es, äh, ups, man darf natürlich nicht verrutschen. Mache hier vorne den Haken jetzt natürlich wieder rein und bestätige das wieder mit dem Haken hier hinten. Jetzt sollte die Lampe gleich wieder angehen und zwar wieder in dem gleichen Rot. Genau. Jetzt haben wir sie wieder an. Also das funktioniert soweit schon mal ganz gut. Und damit kann man jetzt natürlich noch ein bisschen rumspielen und besondere Dinge machen. Zum Beispiel, äh, habe ich mir da hier so ein kleines Script gebastelt, eben für mein, äh, Badezimmer. Das ist dann noch gekoppelt mit, äh, äh, ja, Xiaomi Smart Home System. Ich habe quasi noch eine Gateway und einen Bewegungsmelder im Badezimmer. Also die Gateway ist nicht im Badezimmer, die Gateway ist im, äh, Treppenhaus, äh, weil das gesamte Haus eben mit verschiedenen Sensoren da dran hängt. Aber, ähm, ja, äh, dort ist im Badezimmer ein, äh, Bewegungsmelder. Dieser Bewegungsmelder ist mit der Gateway im Treppenhaus verbunden. Und, äh, wenn ich jetzt hier ins Badezimmer mal reinschaue, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir das, das Script. Ähm, hier Bad Bewegungsmelder. Das ist direkt das Erste. Und dann könnt ihr jetzt hier sehen, ähm, ich, ich würde euch das Script auch gerne zur Verfügung stellen. Also ich poste euch das einfach, äh, im Forum. Das heißt, ihr könnt dann quasi, ich, ich lade jetzt hier das hier einfach runter, ne, äh, und dann geht ihr später einfach her. Also ich kopiere das jetzt mal, damit ihr das seht. Ähm, geht ihr später einfach her. Ihr macht euch ein neues Script, erstellt ihr euch einfach hier oben mit diesem, ähm, hier neues Script. Und dann könnt ihr dem hier oben einen Namen geben, wie ihr eben möchtet. Und dann klickt ihr hier auf diesen, dann habt ihr so ein leeres Feld, dann klickt ihr hier oben auf diesen Pfeil nach oben, tragt das hier ein, klickt auf OK und dann habt ihr hier genau dieselben Blöcke wie ich. Und ihr seht jetzt hier gerade hier bei Is Motion, das ist hier einmal dieser Bewegungsmelder, der jetzt hier ist. Und dann habe ich hier den State verbunden. Und wenn hier quasi Is Motion ist, dann geht das Ganze hier auf True. Also Is Motion ist jetzt hier quasi der Trigger, ja, wenn der, wenn der quasi aktiviert wird, wird dieses Script aktiviert. Und dann wird hier halt eben nochmal nachgeschaut, falls aktuelle Tageszeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens, also 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens, und der Wert von Motion ist gleich wahr, also, ne, falls wir zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens haben und der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann soll die, ähm, Yeelight hier mit diesem RGB-Wert gesteuert werden. Mal gucken, ob dieser RGB-Dings da auch andersrum funktioniert, wenn ich jetzt hier quasi das eintrage. Ihr seht, das ist hier so ein leichtes Orange, weil dieses Orange ist, ähm, meiner Meinung nach sehr entspannend für die Augen und sehr, ähm, ja, ähm, schön gedimmt, ja. Und dann, dann wird man nicht so schnell wach, ja, das heißt, wenn man nachts irgendwie mal aufs Klo muss, dann ist das auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und, ähm, aktuell habe ich dann hier die, äh, Active Bright, wird hier quasi dann auf 10 gesetzt. Das mache ich nochmal ein bisschen weiter runter auf 5, dann habe ich, äh, hier noch ein bisschen weniger, ähm, klicken wir direkt einmal auf Speichern, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, 5 ist ein ziemlich angenehmer Wert. Ähm, ich habe jetzt hier gerade nochmal ein bisschen an dem Script, äh, rumgebastelt, äh, und ich habe auch noch was, äh, anderes vorbereitet, aber zeige ich euch jetzt erstmal hier das Script. Und zwar, äh, habe ich jetzt hier quasi gesagt, okay, zwischen der Zeit, äh, zwischen 20 und, äh, 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens soll hier quasi dieses leichte Orange eingestellt werden, und zwar, ähm, soll hier gleichzeitig dann die Active Bright, äh, mit einer 500 Millisekunden Verzögerung auf 5 gesetzt werden. Das ist ziemlich angenehm, weil die Yeelate fährt hier durch den ersten Befehl RGB mit bla 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 erstmal so ein bisschen hoch, also, ne, die, die, die ist ja nicht sofort an, sondern die fährt ein bisschen hoch und, äh, wird dann eine halbe Sekunde später beim Hochfahren schon unterbrochen und wird dann wieder auf 5 runter. Das heißt, das, das gibt quasi einmal so ein Wurrwurr und dann, ähm, halt wieder auf 5 runter, ne. Ich glaube, der, der, der fährt dann maximal so auf 20% hoch und geht dann wieder auf 5% runter. Ähm, das heißt, man, äh, hat erstmal so eine halbe Sekunde sozusagen Überblick, wo es dann ein bisschen heller wird im Badezimmer und dann geht es wieder auf 5% runter. Das ist hier, äh, nachts echt eine feine Sache, man wird dann nämlich nicht zu wach und diese halbe Sekunde ist ganz gut dafür, dass man sich erstmal einen Überblick gut verschaffen kann und danach, äh, hat man halt eben wieder diese 5% und das ist echt ziemlich gut. Und dann haben wir hier natürlich als nächstes zwischen 6 Uhr und 10 Uhr, ne, weil morgens, ähm, soll auf jeden Fall das Licht hier auch durch den Bewegungsmelder angehen, allerdings dann hier mit weiß einfach nur und natürlich 100% ähm, habe ich jetzt hier auch 5, ähm, das, ich meine, hier ist es theoretisch egal, ich habe es jetzt halt nur, weil ich es immer kopiert habe, aber eigentlich, ähm, der wird hierdurch schon automatisch auf 100%, äh, aber, ne, wie gesagt, ich habe es jetzt hier trotzdem mal so gemacht, ähm, ich werde euch das Skript auf jeden Fall zur Verfügung stellen und ab 10 Uhr, zwischen 10 und 17 Uhr brauche ich im Badezimmer kein Licht, weil ich habe ein Badezimmerfenster, dementsprechend ist das Licht hier zwischen, äh, in diesen 7 Stunden nicht notwendig, das heißt, ne, da können wir ein bisschen Strom sparen, dementsprechend ist es hier aus und erst ab 17 Uhr bis 20 Uhr wird es wieder ganz normal angeschalten, genauso wie hier morgens, also auch wieder mit weiß, mit 100% und immer wieder hier nach einer Minute, also sowohl hier oben als auch hier in der Mitte und als auch hier unten wird nach einer Minute quasi, ähm, das Licht hier wieder ausgeschalten, äh, das setze ich jetzt, das habe ich zum Testzwecken auf eine Minute gesetzt, ich setze das jetzt hier überall auf 3 Minuten und, äh, nach diesen 3 Minuten, wenn ihr euch natürlich wieder bewegt und der Bewegungsmelder wieder eure Bewegung im Badezimmer realisiert, dann wird das Licht natürlich auch weiterhin angeschalten, ja, ähm, aber, ne, auf jeden Fall ganz gut, weil so kann man auch ein bisschen Strom sparen, 3 Minuten ist absolut okay, ich meine, äh, zwischen 3 und 5 Minuten, ich meine, so ungefähr braucht man ja, ne, wenn man mal kurz Bibi machen geht oder was weiß ich, deswegen würde diese Zeit reichen, wenn man länger braucht, realisiert der Bewegungsmelder ja immer noch, hier ist Motion, realisiert er noch und wird die ganze Zeit mal auf True geschalten und dadurch wird hier sowieso, äh, das Licht immer wieder angeschalten. Sollte es mal ausgehen, also sollte das hier wirklich ausgeschalten sein, äh, und wieder die Bewegung und Dings, dann geht es halt mal ganz kurz für eine Millisekunde oder sowas aus und wird aber dadurch, dass wieder hier ist Motion, bla, 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 wird das Ganze hier dann wieder angeschalten. Ja, so ist auf jeden Fall ganz gut und hier unten habe ich noch ein, äh, weiteres Script für euch vorbereitet, äh, ich nehme ja immer ganz gern mein, ähm, ja, mein Xiaomi Cube als, äh, Testobjekt und das ist hier eigentlich auch ziemlich interessant hier, ich habe quasi den Google Labertasche jetzt hier mal ausgeschalten, ihr seht das hier und habe dieses Script jetzt hier aktiviert und habe damit jetzt, ähm, ja, über den Xiaomi Cube volle, ähm, ja, volle Handhabe über die Yeelight, ich zeige euch das mal ganz kurz, äh, dafür gehen wir mal hier rüber und, ähm, ja, schauen jetzt hier einfach mal, also ich mache mal hier mein Handy, das kann ich ja mal ganz kurz auf die Seite legen und ihr seht, ich habe jetzt hier so einen Xiaomi Cube, der ist ganz einfach über die Gateway angeschlossen, schaut dazu einfach nochmal hier mein Video mit der Xiaomi Gateway, ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung, das ist eigentlich alles ziemlich simpel, ihr habt eine Gateway, ähm, dann habt ihr sämtliche, ja, diese, von diesen Xiaomi Sensoren, in dem Fall jetzt dieser Cube hat sogar mehrere Schaltzustände, was ziemlich interessant ist, deswegen verlinke ich euch den auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr damit rumspielen möchtet, ihr benötigt allerdings nicht diesen Cube zwingend, um diese Yeelight hier zu steuern, ihr könnt das mit allem anderen, das ist jetzt hier nur so zu Vorführungszwecken, ja, ihr könnt quasi, äh, mit einem Sonoff-Schalter könnt ihr quasi auch diese Yeelight ein- und ausschalten, ne, das heißt, ähm, ähm, äh, angenommen, der Sonoff schaltet eigentlich eure, eure Lampe, sage ich mir jetzt hier oben, ja, dann könnt ihr zusätzlich in dem IO-Blocker sagen, okay, der soll aber jetzt nicht nur die Lampe da oben schalten, sondern wenn der, äh, Zustand von Sonoff-Studio-Licht, jetzt als Beispiel, so heißt der jetzt ja bei mir, äh, true ist, wenn der Zustand true ist, dann soll auch die Yeelight-Studio, ähm, true sein, ja, das heißt, dann wird es auch angeschalten, oder dann soll die, äh, zu einer gewissen Uhrzeit um in DND-Farbe eingeschaltet werden, oder, 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 ja, da könnt ihr wirklich rumspielen, wie ihr wollt, ich hab das jetzt hier, ähm, verschiedene, ja, Variablen, sage ich mal, hier einfach in diesen kleinen Cube mittels Script reingebastelt, das Script stelle ich euch natürlich auch im, äh, Forum zur Verfügung, falls ihr da ein bisschen rumspielen wollt, und, äh, genau, jetzt zeige ich euch das jetzt erstmal, also, aktuell ist die Lampe ganz normal aus, jetzt, ähm, flippe ich den Würfel einfach mal 90 Grad, also, bam, und ihr seht, die Lampe geht direkt an, und zwar in so einem Blau, ja, jetzt machen wir mal 180 Grad, ja, und dann seht ihr, jetzt wird die Lampe rot, ja, das heißt, da hab ich dann die Rot dahinter gesetzt, jetzt tippe ich den Würfel zweimal auf, und sie wird grün, ja, jetzt hab ich natürlich noch die, ähm, Möglichkeit, die Yeelight, äh, in ihrer, ja, Helligkeit, also in der Dimmbarkeit, ne, wenn ich den Würfel jetzt nach links drehe, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ganz, äh, weit unten ist, ne, da tut sich jetzt nichts, wahrscheinlich, weil das jetzt hier sozusagen 0% ist, also das Niedrigste, was geht, dann dimmen wir die Lampe mal heller, das heißt, dafür drehe ich den Würfel einfach nach rechts, und ihr seht, ja, desto weiter ich nach rechts drehe, desto heller wird diese Yeelight, ich glaube, das müssten jetzt 100% sein, ich drehe nochmal ein bisschen, ähm, also das funktioniert hier einwandfrei, jetzt kann ich auch, während das jetzt auf 100% ist, jetzt immer noch, äh, die Farbe wieder zu blau wechseln, indem ich es wieder auf 90 Grad, und ihr seht, die, ähm, Helligkeit, die ich zuvor durch diese Regulierung, durch das nach rechts drehen eingestellt habe, die wird dann mit der jeweiligen Farbe auch noch direkt übernommen, jetzt können wir mich, äh, mit 100% wieder auf Rot wechseln, indem ich 180 Grad flippe, ja, jetzt haben wir das Ganze hier auf Rot, und könnte es jetzt hier auf Rot wieder weniger machen, ja, ihr seht's, jetzt wird's quasi immer weniger von der Helligkeit, jetzt machen wir wieder das schöne blau, wieder, ähm, ja, 90 Grad, und jetzt kann ich hier quasi im blauen Zustand auch wieder auf, ähm, 100% hoch gehen, also das ist hier relativ interessant, äh, zum Spielen und zum Testen könnt ihr das so auf jeden Fall ziemlich gut verwenden, und ich denke mal, ich werde das hier hinter mir in die mittlere, ähm, in das mittlere Dings, werde ich die Yeelight hier so auf jeden Fall drin lassen, und, ähm, ja, so ist es auf jeden Fall zum Testen schon ziemlich nice, äh, jetzt will ich auch noch mal ganz kurz die, ähm, die normale Yeelight hier, äh, reinsetzen, äh, dafür setzen wir, ja, hier die Yeelight, die schalten wir einfach mal aus, bumm, jetzt hat sie keinen Strom mehr, und, äh, die wird auch überhaupt nicht warm, also wenn ich jetzt, ah, doch, hier hinten schon ein bisschen, also vorne wird sie gar nicht warm, hinten merkt man das schon minimal, also sie wird handwarm, ja, ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen kühlere Hände, äh, also das ist auf jeden Fall mega interessant, ein richtig cooles Produkt, und jetzt wollen wir hier die normale Yeelight nochmal kurz testen, weil ich, äh, ich weiß, andere YouTuber hätten das jetzt wahrscheinlich hier wieder in 5 Videos gepackt, ich mache das lieber in einem, dann haben wir alles zusammen, und das ist jetzt hier eben die normale Yeelight, ähm, ja, haben wir auch wieder so eine kleine Beschreibung mit dabei, und auch wieder hier so einen schönen Karton, und, äh, die sieht jetzt rein optisch her, wenn ich mir die andere nochmal herhole, rein optisch sehen die absolut gleich aus, der einzige Unterschied ist hier tatsächlich hier unten dieser Ring, der ist hier so lila, und hier ist der so, ah, was ist das, so ein Grünton, so ein helles Grün oder so, würde ich mal behaupten, ne, drehen wir die hier einfach wieder ein, so, und, äh, dann nehmen wir uns hier wieder die App, ich starte die Aufnahme, äh, bumm, jetzt haben wir hier die auch noch, äh, und dann können wir jetzt hier wieder, beziehungsweise mache ich sie erstmal an, ja, wird wahrscheinlich wieder schön hell, so, und jetzt gehe ich jetzt hier wieder, na, okay, die, die, das ist schon mal ein kleiner Unterschied, die hat jetzt hier gerade erstmal farblich, ihr habt das gesehen, hat die jetzt hier quasi erstmal ein bisschen rumgesponnen, ähm, und jetzt gehen wir hier wieder in die Yeelight App rein, ähm, wieder ganz zurück, so sieht die ganz am Anfang aus, und, äh, ihr seht, die andere Yeelight wird jetzt hier als Offline angezeigt, die wir zuvor, äh, diese Color bulb, so, jetzt gehen wir hier oben wieder auf das Plus, na, Plus, so, und jetzt sehen wir hier, ähm, das mit diesem leicht grünen ist hier die LED Lampe Weiß 2, ne, also wir haben hier quasi die neue Generation der Yeelight Lampen zugeschickt bekommen, und dann gehen wir hier drauf, übrigens, ich weiß gar nicht, äh, hab ich es eigentlich eben schon gesagt, ich hab hier, ähm, das kam gerade jetzt eben noch per Post, hab ich ganz vergessen, euch zu sagen, ich hab jetzt hier ein Gearbest Shirt, äh, hat Gearbest mir zugeschickt, äh, boah, ist das hell, hat Gearbest mir zugeschickt, äh, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, ihr braucht aber irgendwie keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie, äh, meine, ähm, meine, äh, Äußerungen zu den Produkten oder sonst was irgendwie verfälschen würde, ich sag trotzdem genau das, was ich von den Produkten halte, und ihr seht ja letzten Endes auch, was ich damit alles mache, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie anfangen, so, ja, ähm, äh, kauf hier, äh, kauf dieses Stück Pappe, weil, das ist sehr gut, weil das ist weiß, und, ähm, übrigens, das ist, äh, sehr wasserresistent, ihr könnt ja Wasser drüber kippen, das würde sich niemals aufweichen, nein, weil das ist nämlich Pappe von Gearbest, die weicht sich nicht auf, ja, also so einen Schwachsinn werdet ihr hier auf diesem Kanal niemals sehen, äh, im Gegenteil, demnächst wird ja noch mein, ähm, meine, meine Schrott, äh, beziehungsweise Hot or Schrott, China, 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 Schrott or Hot, irgendwie sowas werde ich das nennen, ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie so werde ich das nennen, und da werdet ihr ja noch andere Sachen sehen, aber jetzt hier erstmal weiter zur Einrichtung, genau, wir haben jetzt hier quasi einmal auf, ähm, auf die Lampe jetzt hier geklickt, äh, die muss eingeschalten sein, und das haben wir hier, ne, das Gerät ist ordnungsgebäß mit Strom versorgt, und es leuchtet jetzt hier auch, dann klicken wir einmal auf weiter, hier wieder das, äh, WLAN, in dem Fall, äh, Schimmer Media HD Studio, wähle ich jetzt hier aus, und gebe jetzt hier wieder mein Passwort ein, was euch wieder nichts angeht, und dann, äh, klicken wir hier wieder auf weiter, und jetzt sollen wir uns hier wieder mit, äh, dem WLAN verbinden, was irgendwas mit Yelight heißt, das heißt, wir gehen hier wieder aus der App raus, in die Einstellungen rein, gehen auf WLAN, und dann sollte der uns jetzt hier wieder ein Yelight anzeigen, ihr seht's, Yelight, äh, Yelight, Light, CT, 2, Mi, App, 5, 1, und so weiter, klicken wir da drauf, soll er sich doch mal damit verbinden, und dann wieder Doppelklick, und dann können wir hier zurückgehen, und dann ist er jetzt hier das Ganze auch schon wieder am Einrichten, so, 25%, also, das dauert immer ein bisschen, aber, ne, ich meine, eben ging's ja auch relativ fix, ne, 50%, 75%, bumm, da ist das Ding, und jetzt sollte auch gleich, bumm, da haben wir sie, jetzt ist sie hier auch schon erschienen, jetzt können wir hier das Ganze ausschalten, so, jetzt geht sie aus, jetzt kann ich sie wieder einschalten mit der App, und jetzt können wir hier mal reingehen, und jetzt können wir hier nämlich, äh, auch noch schauen, was wir hier für verschiedene Dings, können wir hier auch wieder Candleflicker, sollte jetzt aber dann halt eben Candleflicker, ah, doch, ihr seht's, also, sie wird auf jeden Fall auch warmweiß, also, das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, jetzt können wir hier bei dem Weiß nämlich auch hergehen, und können jetzt hier das Ganze in so einen gelblichen Ton reinziehen, ich mach mal die Helligkeit ein bisschen runter, ähm, genau, also, es ist tatsächlich so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ihr könnt, äh, hier diese, diese weiße Glühbirne, äh, von Yeelight auch zwischen einem warmweiß und einem kaltweiß, ähm, ändern, ja, da müsst ihr jetzt hier auch, glaube ich, sogar draufstehen, genau, ihr könnt sie einstellen zwischen 2700 und 6500 Kelvin, also, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, das ist jetzt hier das wärmste Weiß, was wir machen können, und dann haben wir hier oben natürlich das kälteste Weiß, und, ähm, da können wir hier auf jeden Fall ein bisschen rumspielen, und hier unten natürlich, jetzt gehe ich mal hier unten wieder auf diese Steuerung, dann hier LAN-Steuerung, hier oben wieder das Häkchen rein, und dann schauen wir ganz kurz nochmal im IO-Broker, ähm, was wir jetzt hier eben einstellen können, also, was quasi für Einstellungsmöglichkeiten uns bei dieser Yeelight gegeben werden, äh, gehen wir dafür wieder einfach in den, äh, unter die Instanzen, ähm, und hier, beziehungsweise Objekte, und der sollte, der Yeelight-Adapter sollte, ja, hat er hier auch schon, ihr seht es hier, CT, Bulb, also der erkennt tatsächlich die neuen Yeelight-Gebühren, sobald sie im Netzwerk sind, was ich richtig, richtig gut finde, und ihr seht schon, äh, wenn ich das jetzt hier mal mit der anderen Yeelight vergleiche, hier, hier hatten wir, ähm, viel mehr Auswahlmöglichkeiten, während wir hier ein bisschen weniger haben, hier haben wir quasi einmal CT, ähm, das ist wahrscheinlich, äh, hier die Color Temperature, also hier haben wir jetzt aktuell 2732 Kelvin, und, äh, hier können wir quasi das zwischen Warmweiß und Kaltweiß, ähm, ändern, also wenn ich jetzt hier auf 6500 Kelvin gehe, Achtung, auf der Glühbirne, wird es jetzt, äh, Kaltweiß, Achtung, und Enter, genau, jetzt haben wir das Kaltweiß, und wenn ich jetzt hier wieder auf 2700 Kelvin gehe, Achtung, jetzt wird es Warmweiß, bumm, jetzt haben wir wieder das Warmweiß, also das funktioniert auf jeden Fall richtig gut, ähm, und dann haben wir hier natürlich die Active Bright, ist jetzt aktuell auf 2, können wir hier natürlich jetzt auf 100 stellen, und bumm, jetzt haben wir es ganz hell, ähm, und jetzt können wir es wieder auf, äh, 0 stellen, okay, 0 passiert gar nichts, okay, 0 passiert gar nichts, das ist interessant, also 1, Enter, okay, das ist jetzt 1, also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, und dann haben wir natürlich, äh, Color Mode, der ist hier immer auf False, weil wir haben keinen Color Mode, wir können hier nicht irgendwie irgendwas einstellen, ich weiß nicht, wofür dieser Color Mode da ist, ich mach den mal ganz auf, auf True, äh, es passiert einfach nichts, ja, okay, ähm, gut, was soll auch passieren, wir haben hier keine Farben, äh, und hier Power können wir natürlich einfach auf Off gehen, kann ich jetzt hier mit dem Häkchen wieder bestätigen, oder Enter geht glaube ich auch, Enter funktioniert auch, okay, jetzt, ihr seht, es ist aus, äh, jetzt gehe ich hier wieder drauf, Häkchen rein, Enter, und jetzt geht sie an, also das funktioniert auf jeden Fall super, hier können wir natürlich dann auch wieder genauso steuern, wie mit dem anderen, ähm, mit dem anderen Gedönse, äh, was ich ziemlich interessant finde, also da einfach, ähm, ja, da ist eurer Kreativität, äh, äh, sind da keine Grenzen gesetzt, und jetzt schauen wir nochmal, äh, was passiert, wenn ich jetzt hier quasi diese Glühbirne einfach ausschalte, und weil wir haben ja eben, ähm, einfach sozusagen die andere Glühbirne rausgenommen, jetzt ist halt eben die Frage, funktioniert das Programm sozusagen jetzt immer noch, dafür drehen wir jetzt einfach wieder die Color Bulb jetzt einfach mal rein, machen das Ganze an, das Handy lege ich einfach wieder auf die Seite, ihr seht, jetzt leuchtet sie erstmal nur ganz normal weiß, ähm, ähm, machen wir wieder das richtige Päckchen hin, jetzt leuchtet sie ganz normal weiß, und jetzt, äh, haben wir das Ganze ja mit diesem Xiaomi-Würfel eben konfiguriert, das heißt, wenn ich es jetzt schüttel, muss das Weiße ausgehen. Und ihr seht, das funktioniert also immer noch, weil das Programm eben auf unserem IO-Broker hostet, das heißt, ich kann jetzt hier auch wieder Doppel-Tap machen, und, ähm, na, ja, jetzt funktioniert es, wahrscheinlich, weil das eben zu, ähm, lang auseinander war, diese Doppel-Taps, und, äh, jetzt haben wir das Ganze hier wieder in dem Grün, ne, jetzt kann ich, äh, wieder das Ganze in dem Blau machen, oder eben in dem Rot, wie ich eben halt möchte, und, äh, ein bisschen dimmen hier wieder, und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, ähm, das Grün ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsfarbe, ich denke mal, das wird auch die meiste Zeit hier im Studio dann sein, das bringt ein bisschen Nature-Feeling, Nature-Feeling hier rein, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, und, äh, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, äh, falls ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, äh, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir bitte ein Abo da, also, ich finde es ja geil, wir haben jetzt die 10.000 geknackt, aber, ähm, auf geht's, weiter Richtung 20.000, ähm, und, äh, auf jeden Fall, mein langfristiges Ziel hier auf YouTube wäre auf jeden Fall mal richtig cool, ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist sehr unrealistisch, aber ich fände es richtig cool, irgendwann mal diesen echten, äh, 100.000 Abonnenten Award in der Hand zu halten von YouTube, also, das ist noch ein langer Weg bis dahin, aber, ähm, ich fände es auf jeden Fall cool, gemeinsam mit euch diesen Weg bestreiten zu können, und das dann vielleicht irgendwann mal da hinkomme, und, äh, genau, wie gesagt, Daumen nach oben, Abo dalassen, äh, Glocke aktivieren, dass ihr immer über die neuesten Videos von mir informiert werdet, und, äh, genau, bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen ein preiswertes Smart Home, macht's gut, bis zum nächsten Mal.